Wer will mir wohl Willen, bleiben Wir sprechen heute von einem gefährlichen Tier, das müsst ihr ganz besonders gut kennen, denn es ist euer schlimmster Feind. Wer mag das wohl sein? Er hat nichts anderes im Sinn, als kleine Geistern aufzufressen. Er kriegt nie genug und am liebsten frisst er die ganz kleinen Geistern, weil die so zart und knusprig sind. Nun ja, ihr seht schon, das ist ein gefährlicher Wurst. Wer mag das fale? Wer wollte sein? Nach bloß und jau? Nach durch und hohe Er gott mit mir Gott! Hände Klasse! Hände ich mich ein! Ich bin so erhebt! Woran erkennt man aus dem Wolf? An seinen großen Maul! Wie? Und woran noch? An seinen spitzen, scheißen Zönen! Und was hat er da noch, haben Sie? Eine lange, rote Zunge! Und wie sehen seine Augen aus? Sie sind groß und grün und bunkel! So, und jetzt Schluss für heute! Den Wolf Martin nicht zuhause fertig verstanden! Ja, ich bin der Lehrer! Ich würde nicht nur freuen, wenn Sie was zu früh nach oben kommen! Was können Sie denn machen? Beeil dich, Toni! Sie sind aber meine Schuhe! Sie sind meine! Sie sind meine! Sie sind meine! Sie sind meine Schuhe! 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 Es kommt sehr durch, sehr wohl zum Kampf, und bitte neu.